Wir freuen uns ganz besonders, Ihnen heute das Stück Sherlock Holmes und Der Schatten der Vergangenheit! Ich dachte, wir machen heute mal Schatten der Vergangenheit. Bei unserem Hund von Baskerville, da spielen drei Männer sämtliche Rollen. Was? Mit fliegenden Kostüm wechseln, Umzügen auf offener Bühne, mit Rollen wechseln im rasenden Tempo. Also, landschaftlich gesehen ist es ja etwas düster, aber ich denke, ich werde mich hier niedersassen. Was ist das? Das wäre voll da rausgefallen. So viel Glück hatte ich leider nicht. Was war das? Was, äh, was, Sir? Haben Sie denn dieses Geräusch nicht gehört? Furchteinflößend und grauenerregend wie von einer wilden Bestie oder von einer rasenden Kreatur mit Mordlust im Blut. Vermutlich meine Frau. Eines Tages entführte ein blutjunges, unschuldiges Mädchen. Oh, oh, oh! Komito Luna! Haarhaar! Oh nein, oh nein, so habt doch Mitleid! Dirne! Ich habe mich dann in Haaren! Aua! Ja, ich glaube, wir haben es dann bis dahin verstanden. Oh, da fällt mir ein, ein Herr war gestern Abend hier. Was? Ein Herr? Was für ein Herr? Wie so ein Herr? Warum erfahre ich das jetzt? Einfach enttäuschen! Stimmt, eine Freiheit! Das war doch bestimmt ein deutscher Tourist mit Tourette-Syndrom! Na, super. Entschuldigung.